Also, ich gehe kurz pinkeln, dann starten wir rein, Chat. Bis gleich. Sollen wir irgendwas abstoßen? Könnte man eigentlich machen, ne? Kann er sich eh wiederholen, oder? Was sagt ihr? Sollen wir was abstoßen? Ihr beeilt sich aber jetzt bestimmt. Ist ja langweilig, ihr könnt ihn eh wiederholen. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Stell dir mal vor, er hat sich in Aufnahmen... Aber das ist ja egal, weil wenn er sich was wiedergeholt hat, dann ist das sein Problem. Was? Das wäre natürlich jetzt ganz lustig. Wo ist meine Herr 9 hin, Alter? Keine Ahnung, vielleicht hat Lorena den. Wo ist denn das Transferliste getan, oder? Warum habe ich 70.000 Münzen? Was hast du verkauft, Alter? Hast du ihn diskartet, oder was? Willst du mich verarschen, oder was? Vielleicht. Ja, und jetzt? Meinst du, kannst du ihn wiederholen? Das nicht geht? Ich glaube, das geht nicht. Das geht fünfmal, geht das. Ja, ich habe schon fünf Karten wiedergeholt. Niemals kannst du dich verarschen, oder? Welche denn? Und warum? Ja, weil ich noch Münzen gebraucht habe. Ja, und dann holst du so eine Goldkarte wieder, ne? Aber stell dir vor, ich hätte wirklich ein paar Sachen zurückgeholt, weil ich noch was denn? Aber was denn? Ja, weiß ich doch nicht. Irgendwelche, was weiß ich was. Irgendwelche Sachen, die du den Dings in die Wissen kamst. Nein, nicht von Videos. Ich schwöre, ich habe nichts geholt. Oh, Leute, Mann, ihr wisst doch, ich bin ein Ehre, Mann, ich gehst den Hosen in den Spielern. Ich habe nichts geholt. Wo geht das denn überhaupt? Oh, wann war denn da? Ey, ich schwöre, ich dir Herzenfache, Alter. Danke.